guten morgen meine lieben youtube freunde und zwar folgendes ich habe hier eine blume die ist wie vom hässlichen entlein zum schönen schwan sieht total scheiße aus man denkt diese sind schon verblüht wenn die aufgeht dann leuchten die totalen neon orange und das nimmt jetzt die kamera mal auf alle fünf minuten drück ich ein bild und sieht man nachher das endergebnis habe immer gespannt für youtube video wer zu lang bräuchte ich über eine stunde und wer hat sich lustig anzugucken müssen wir mit zeitraffer ok schönen tag wünsche ich euch macht es gut